Kein Mensch da? Kein Mensch da. Ja, das ist nach dem Kunsthaus Tacheles. Sind sie so nett? Für ihn noch nicht, aber zu den anderen beiden. Sind sie so nett und geht vielleicht hinter die Absperrung? Oder setzt sie hier noch nach vorne? Nee, das ist für die Baustelle. Ich rede von dem Gehweg, von der Absperrung nach vorne. Von dem Flatterwand. Es gibt noch links und rechts. Ich bekomme ein paar Fotos. Dann bin ich zurück. Aber von hier vorne. Und sie bitte genauso. Ich bin, denke ich, weit genug weg. Das entscheide ich, ob sie weit genug weg sind. Und sie stehen in einem Bereich, wo wir immer noch ein Steinchen rumfliegen. Ich habe sie ja schon zweimal gebeten, dass sie bitte ein Stück weiter gehen. Ich habe ihnen das jetzt auch schon zweimal erklärt. Also das heißt, sie schicken mich von der Presse weg jetzt. Das heißt, ich gebe ihnen Platzerweise, damit sie nicht verletzt werden. Das ist richtig. Das darf ich machen. Aha. Bis dahinten hin, bis zum Meter. Genau. Sie haben so gutes Equipment. Da kann man auch von der drüben Fotos machen. Das kann man auch von dort. Wichtig ist, dass keiner verletzt wird. Das ist unerheblich, ob sie von der Presse, ob sie die Bundeskanzlerin sind. Ja, nee, so wenig. Das ist auch nichts Persönliches. Ich habe nichts gegen sie. Ja, ja, ja. Und für sie wird ja genauso. Ja, wie ihr gehört habt, ist aus Sicherheitsgründen hier, weil hier wohl immer noch Steinsplitterchen hinfliegen können. Ja, also das sehe ich irgendwo nicht so ein, weil schließlich stehen hier auch noch Autos rum. Die könnten auch beschädigt werden. Hier vorne ist ein, ist ein blauer Golf, der da steht. Äh, noch ein, 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 ein. Hier vorne ist ein, 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 ein Auto, ja. Äh, also das ist irgendwo ziemlich merkwürdig, dieses, äh, Verbot hier aus Sicherheitsgründen. Äh, der Verkehr fließt hier einspurig vorbei. Also ich halte jetzt definitiv, äh, den dreifachen Abstand vom Verkehr, der vorbeigeführt wird. Ohne Absperrung der Straßenspur oder ähnliches. Hat das angefangen oder was? Also Fakt ist, äh, ich bin hier an der Eastside Gallery. Die Bauarbeiter haben angefangen, die Mauer hier anzusägen. Äh, ich wurde davon, äh, sozusagen weggebeten. Äh, ich sollte da weggehen, äh, aus Sicherheitsgründen. Der Verkehr wohlbemerkt fließt noch an der Spur vorbei, ungefähr anderthalb bis zwei Meter. Äh, nur die Presse ist, wie man, äh, gerade gesehen hat oder gehört hat, nicht zugelassen aus Sicherheitsgründen. Mir könnte ja etwas passieren. Also ich halte jetzt ungefähr den dreifachen Abstand vom vorbeifließenden Verkehr. Äh, ich guck mal, ob ich mit dem Zoom da näher rankomme. Aus dem Winkel ist es so gut wie unmöglich. Ja, die Rampe kommt jetzt auch näher hier ran. Also dann bin ich auch noch mal bereit, ein Stück zurück zu gehen. Äh, ich kippe ihm jetzt gerade keine Sägearbeiten stattfinden. Und so, dann guck ich mal, ob ich jetzt wieder ein Stück näher ran darf. Die Sägearbeiten sind vorbei. Äh, na, schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.